Unstillbarer Juckreiz, eine der Krankheiten mit der höchsten Selbstmordrate, geht es an die 10 Millionen, nach offiziellen Schätzungen, Leidende an Neurodermitis. Ich habe viele Jahre darunter gelitten, ich habe viele Jahre Kortison gebraucht und ich habe Heilung erfahren. Darüber sprechen wir heute. Herzlich Willkommen! Ärzte bezeichnen sich manchmal scherzhafterweise als Wegweiser. Sie erklären den Patienten, was sie tun könnten, um mindestens mal ihre Beschwerden und Schwierigkeiten unter Kontrolle zu bringen, zu beherrschen. Der Schulmedizin stehen ohnehin keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung. Was ich nicht nur als Schulmediziner, sondern vorher, lange vorher schon als Patient zu spüren bekam. Ich war 16, 17 Jahre alt. Da traten rötliche Hautveränderungen an meinen Handgelenken auf. Ich habe es noch recht gut in Erinnerung. Das waren jeweils zwei rötliche Flecken, etwas voneinander entfernt, ziemlich genau auf der Beugeseite des Handgelenkes. Und die Haut, rötlich, schuppig, begann zu jucken und ich begann zu kratzen. Und ich kratzte und kratzte. So wie sich zeigte, als nächstes kamen dann die Ellenbeugen, klassische Stellen für den Neurodermitiker, hinzu und ich kratzte und kratzte. Irgendwann, daran kann ich mich nicht erinnern, ist meine Mutter dann mit mir zum Hautarzt gegangen. Es lief die übliche Diagnostik ab. Zunächst mal die Frage, ist es hier vielleicht eine Allergie? Es wurde ein Allergietest durchgeführt. Ich reagierte auf alle möglichen Substanzen. Wurde aufgefordert, die wegzulassen. Zitrusfrüchte gehörten dazu. Vermutlich Milchprodukte. Ich habe Zitrusfrüchte weggelassen. Ich habe Milchprodukte weggelassen. Nicht so ganz leicht, weil ich leidenschaftlich gerne Eis esse. Die Auswirkung war null. Überhaupt keine Verbesserung. Die Beschwerden breiteten sich immer weiter aus. Und sie breiteten sich letztendlich auf meinen gesamten Körper aus. Sie hatten zeitweise, wir müssen jetzt nicht 17 Jahre, des Kratzens aufrollen. Sie hatten immer wieder mal unterschiedliche Schwerpunkte. So gab es Phasen, in denen besonders die Beine, Kniekehlen bevorzugt betroffen waren. Manchmal war es der Hals, sodass ich das Gefühl hatte, wenn ich den Kopf drehe, nach rechts, nach links, dann genügten schon geringe Ausschläge, dass man mir tausende von Nadeln in die Haut gesteckt hat, weil die Haut so gereizt, so angespannt und irritiert war, dass jede Bewegung, jede Drehbewegung, jede Bewegung, die die Haut unter Spannung setzte, einen massiven Schmerz auslöste. Irgendwann wurde mir das erste Mal Cortison als Salbe verschrieben. Erst eine nicht so starke, potente Variante. Es gibt ja Cortison-Produkte in unterschiedlicher Stärke und Intensität. Das habe ich auf die betroffenen Stellen aufgetragen, gemäß den Anweisungen des Arztes. Es war dann auch eine Reduzierung des Beschwerdebildes, eine oberflächlich gesehen vorübergehende Abheilung von wenigen Tagen zu verzeichnen. Nun, auch wenn Cortison das Lieblingsmedikament, das geradezu Zaubermittel der Hautärzte und der Orthopäden, das sind die beiden hauptsächlichen medizinischen Disziplinen, in denen es sehr, sehr beliebt ist, wenn einem nichts anderes mehr einfällt und das geschieht praktisch immer früher oder später, zu verwenden. Es war also nicht die Lösung und es wurde immer schlimmer. So bin ich also kreuz und quer durchs Land gereist zu den sogenannten Spezialisten, zu den Koryphäen, zu den Professoren an verschiedensten Universitätskliniken in der ganzen Bandbreite zwischen München und Hamburg, die sich auf Neurodermitis spezialisiert hatten. Nun, wie sah diese Spezialisierung aus? Die Spezialisierung beschränkte sich darauf, ein besonderes Kortisonprodukt zu bevorzugen und eine besondere pflegende Fettcreme zu empfehlen, zu verschreiben, sagt der Ärzte. Ich habe also relativ schnell gemerkt, dass das vertane Zeit ist, aber zu dem Zeitpunkt fiel mir auch noch nichts anderes ein. Derweil war ich dann schon 18, 19, 20, meine erste Zeit beim Militär. Und so ging die Reise also weiter, qualvoll mit Kortison. Nach und nach habe ich festgestellt, etwas, was leider tragischerweise der Aufmerksamkeit entgeht, dass es überhaupt nicht nötig war, die Kortisonsalbe überall aufzutragen. Ich war ja inzwischen auch schon mit meinem Aufbruch dann, aber Anfang 20 ins Medizinstudium skeptisch geworden, hinsichtlich der Möglichkeiten der Schulmedizin. Ich habe es ja als Patient erlebt, dass keinerlei Perspektive, noch nicht einmal ein Verständnis der Ursachen vorhanden war und nur diese schmale Spur von Fettcreme und Kortison zur Verfügung stand. Und so wie ich halt auch die Nebenwirkungen des Kortisons nach und nach näher kennengelernt habe, also ich habe sie dann letztendlich am eigenen Körper, oberflächlich gesehen glücklicherweise, nicht erfahren. Aber sie stehen ja nun mal auf jedem Beipackzettel. Beipackzettel lesen übrigens weder Patienten noch Ärzte. Also Ärzte, die früher als Patienten zu mir in die Praxis kamen oder später, als ich dann zur lehrenden Tätigkeit zur Anleitung von Selbstheilung überging, die waren durchweg auch alle immer ahnungslos hinsichtlich der Nebenwirkungen von Medikamenten, die sie zum Beispiel selbst im Rahmen massiver gravierender Chemotherapien verzehrten. So, also ich habe das jedenfalls getan und war natürlich hochgradig besorgt angesichts dieses flächendeckenden und jahrelangen Gebrauchs von Kortisoncreme, dass es meine Haut dauerhaft schädigen könnte, so wie es die Nebenwirkungsliste besagt. Und dann habe ich beim Experimentieren mit einer Reduzierung der Menge festgestellt, ich brauche überhaupt nicht alle befallenen Stellen mit Kortison. Das mag übrigens auch für all diejenigen, die Kortison in Verbindung mit Hautproblemen nehmen, eine wichtige Information sein. Ich brauche das gar nicht überall drauf zu schmieren. Es genügt, einen sogar nur kleinen Teil, also sagen wir mal Ellenbeugen und Handgelenke, mit der Kortisoncreme einzureiben, um die dortigen Herde zu reduzieren, mit der Auswirkung, und das war das dann erleichternde, zumindest hinsichtlich der Mengenreduzierung, dass es am gesamten Körperwirkung zeigt. Also diese Behauptung, die in der Medizin hartnäckig kursiert, dass das, was man auf die Haut schmiert, keine systemische, also Ganzkörper, Auswirkung hat, ist definitiv nicht korrekt. Also, ob ich Kortison nun einnehme oder ob ich es auf die Haut schmiere, bringt vielleicht eine Verzögerung im Einsetzen der Wirkung. Aber es ändert nichts an der systemischen Auswirkung. Und das hat insofern Bedeutung, weil die Nebennierenrinden, die das Kortison produzieren, sich bei langjährigem Gebrauch von Kortison so weit zurückbilden können, dass sie unter Umständen ihre Funktion vollständig verlieren und eine lebenslange Abhängigkeit an Kortison daraus resultieren kann. Einer der großen Ängste all der Mediziner, die zumindest unbewussten Ängste, manchmal vielleicht nur bewusst, die Kortison verschreiben. Also, es gab keine Lösung. Ich schmierte und schmierte und kratzte und kratzte. Nach und nach begann ich dann mit Naturheilkundlern Kontakt aufzunehmen. Ich überlege gerade, ob das etwas war, was ich initiiert hatte oder damals noch durch meine Mutter kam. Aber das spielt letztendlich auch keine Rolle. Auf jeden Fall, mit der feststellung, mit der ernüchternden Feststellung in der Schulmedizin gibt es weder Verständnis noch Lösungen für das Problem. Ging meine Patientenreise weiter. Ich fuhr wiederum kreuz und quer durchs Land von einem naturheilkundlichen Spezialisten zum Nächsten. Und so habe ich eine ganze Bandbreite der hauptsächlich genutzten naturheilkundlichen Therapien erfahren. Homöopathie, Komplexmittel-Homöopathie, Akupunktur, Nosodentherapie, Autoimmunstimulation, also Stimulation des eigenen Immunsystems mit Eigenblut und dergleichen. Und das könnte ich noch lange fortsetzen. Alle möglichen Ernährungsregimes bin ich gefolgt. Ich habe mich eine ganze Zeit lang vegetarisch ernährt. Ich habe mich vegan ernährt. Ich habe mich zuckerfrei ernährt. Ich habe gefastet in unterschiedlichsten Varianten. Es hat alles nichts, aber auch gar nichts genutzt. Es gab zwei Perioden in diesen insgesamt 17 Jahren, bis ich die wirklich spektakuläre Spontanheilung, ich werde noch darüber berichten, erfuhr, zwei Phasen von ein bis zwei Wochen Dauer, in denen ich völlig unerwartet beschwerdefrei war. Die standen wie isolierte Inseln ähnlicher Erlebnisse in dieser Geschichte und ich konnte sie lange nicht verstehen. Das eine war ein Urlaub in Südeuropa, in Spanien, wo mit Zeitverzögerung, das war ein Urlaub von etwa vier Wochen, ich für zwei Wochen beschwerdefrei war und so, wie ich wieder zurückkehrte, also auf der Rückreise, die sich in mehreren Etappen vollzog, mehrere Tage dauerte, die Beschwerden Schritt für Schritt für Schritt wiederkamen. Ich konnte daran nicht anknüpfen und hatte damals auch noch keine Idee, was es bedeutet. Heute schon. Darüber werden wir auch sprechen. Und es gab eine zweite Episode, als ich während meiner medizinischen Tätigkeit an der Eliteschule der Bundeswehr an der Einzelkämpfeausbildung teilnahm, also vier Wochen, Maximalbelastung bei einem Minimum an Schlaf, in Dreck und Speck, mit wenig Möglichkeiten, sich zu waschen, zu pflegen, gab es während dieser vier Wochen auch eine Phase von über einer Woche, in der ich, oder zwei Wochen sogar, in denen ich komplett, komplett beschwerdefrei war. Die Haut ruhig war, abgeheilt, kein Juckreiz, unter widrigsten Bedingungen wohlgemerkt. Aber ich habe es zunächst mal nicht verstanden. Also ich war schulmedizinisch der Therapieversager, ich war alternativmedizinisch der Therapieversager. Ich habe diese beiden hinweisenden, beschwerdefreien Zeiten gehabt und eierte halt durch die Gegend. Und so wie ich dann das Medizinstudium aufnahm, ich springe ein bisschen in der Zeitachse hin und her, so wie es inhaltlich am besten passt, habe ich dann, nachdem mir kein Therapeut, auch kein alternativmedizinischer Therapeut helfen konnte, begonnen, selber zum Teil ganz heroische Versuche zu machen, um wenigstens Linderung zu erzielen. Wie gesagt, alles fehlgeschlagen. Heute rückblickend kann ich glasklar sagen und kann es vor dem Hintergrund dieser naturgesetzlichen Zusammenhänge, die die Symplonik liefert, auch beweisen, dass es von großem Vorteile war. An sich auch ganz leicht schon mit folgender Überlegung nachzuvollziehen. Hätte irgendeine dieser Therapien, die ja auf bestimmten Annahmen beruhen, in ein bestimmtes medizinisch-therapeutisches Weltbild eingebettet sind, funktioniert, dann wäre das für mich naheliegenderweise ohne Kenntnis der wirklichen Ursachen zum Stein der Weisen geworden. Dann wäre ich vielleicht Homöopath geworden oder ich wäre Fastentherapeut geworden oder ich wäre in die Ernährungsmedizin eingestiegen oder Akupunktur generell, chinesische Medizin oder ayurvedische Medizin zu meinem medizinischen, beruflichen, privaten Steckenpferd gemacht. Der Umstand, dass ich eine so intensive Reise mit recht hoher Geschwindigkeit durch all diese Therapien als Patient und zum Teil auch schon als Therapeut oder als lernender, entdeckender Student, Medizinstudent gemacht hatte, war klar, dass das alles so vielleicht teilweise richtig sein mag, denn jede dieser Therapien hat sicherlich ihre Berechtigung, jede dieser Therapien hat einen gewissen Erfolg zu verbuchen, der aber sehr, sehr viel geringer ist als den meisten klar ist, auch dem Therapeuten. Meine Neugier war geweckt. Mich hat interessiert aufgrund meines eigenen Leids, wie lange bleiben denn eventuelle Verbesserungen durch irgendeine Ernährungsform, durch Fasten, durch Akupunkturnadeln, durch Kortison, immer nur zeitlich befristet und immer nur, solange wie man die vorgegebenen Regeln, zum Beispiel einer bestimmten Ernährungsdisziplin, einhält. Laktosefrei ernähren, keine Zitrusfrüchte essen, zuckerfrei leben und so weiter. Also es sind immer kontrolliert disziplinierte Wege und es hat sich gezeigt, das ist etwas, was auch problemlos beweisbar ist. Dafür gibt es genug Zahlenmaterial aus Forschungen, wenn man dann nach Jahren vielleicht zum ersten Mal, wenn man sich einfach nicht mehr diszipliniert und kontrolliert so weiter bewegen will, beschwerdefrei vielleicht sogar, aber eben nicht mehr die Energie, die Lust, die Kraft, Lust sowieso nicht, die Kraft aufbringen mag, diese Regeln zu befolgen und beginnt nachlässig zu werden, flammen selbst nach Jahrzehnten die Beschwerden wieder auf. Das ist übrigens ein Drama, was gerade bei den Ernährungslehren in der ganzen Bandbreite von Paleokost mit Orientierung an dem, was wir angeblich als Steinzeitmenschen gegessen hätten, über Blutgruppen, 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 Ernährung, nicht Blutgruppenorientierte Ernährung. Dafür gibt es auch eine Überschrift, die habe ich gerade nicht parat. Bis hin zu den vegetarisch-veganen oder vielleicht sogar Lichtkostvarianten. Alles das sind für einen Einzelnen, für einige wenige funktionierende Konzepte. Doch das ist das, was gerade tragisch ist bei den Protagonisten, also bei den Leidenden, bei den Therapeuten oft, die einen solchen Weg der Heilung gefunden haben, dass sie nach Jahrzehnten, so wie sie aus irgendwelchen Gründen, die jetzt ja keine Rolle spielen an der Stelle, keine Lust mehr hatten, diesem Weg zu folgen oder für eine gewisse Zeit ihm nicht mehr folgen konnten, dass die ursprünglichen lebensbedrohlichen und auch tödlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, wieder aufflammen. Manchmal sogar auch trotz dieser jahrzehntelangen Disziplin. Das ist nur ein Beherrschen der Symptome in der ganzen Bandbreite der Schul- und Alternativmedizin. Das wurde mir halt klar. Und insofern bin ich heute sehr dankbar dafür, dass das alles nicht funktioniert hat. Und dann gab es diesen unspektakulären Moment im Juni 1993. Ich kam gerade von einem Urlaub zurück, der gar nicht wirklich Urlaub war. Also das war eher so eine angespannte, schwierige Situation innerhalb der Familie. Und dann begannen plötzlich die Beschwerden abzuklingen. Und es dauerte keine 48 Stunden, da waren meine Beschwerden weg. Sie waren komplett verschwunden. Meine Haut war jungfräulich von Kopf bis Fuß, als wenn ich niemals etwas gehabt hätte. Keine Narben, keine Schrunden, noch nicht einmal mehr trockene Haut. Und jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes und Ermutigendes. Ich hatte natürlich Angst, mit Rückblick auf diese zwei Phasen, in denen ich ja schon mal für ein bis zwei Wochen beschwerdefrei war, dass das selbstverständlich wiederkommen wird. Das ist ja jetzt 17 Jahre lang so gewesen. Ich habe also für lange Zeit danach noch in der Angst gelebt, dass diese Beschwerden wiederkommen könnten. Aber sie kamen nicht wieder. Es ist schon richtig, wenn man mit leider esoterisch verzerrt in den meisten Fällen sagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist korrekt. Allerdings ist die Frage, was die Aufmerksamkeit steuert. Ist es ein bewusster Glaubenssatz, ein bewusstes Wollen in eine bestimmte Richtung oder eine bewusste Angst in eine bestimmte Richtung, dass etwas passieren könnte? Oder ist es ein unbewusster Antrieb? Wir haben ja nun auch Handlungsantriebe, Glaubenssätze, von denen wir gar nicht wissen, dass sie in uns existieren. Alles das, was wir als Kind unbewusst aufgesogen haben, steuert, solange man das nicht aufdeckt und kennenlernt und es zur Lösung bewegt, ein Leben lang die Entscheidungen. Und man wundert sich ja immer wieder, wieso überlege ich, was ich tue, in einer bestimmten Situation gut abgewogen, eine wohlbedachte Entscheidung getroffen, dann mache ich doch wieder den alten Mist. Das sind unbewusste Glaubenssätze, die, wenn sie energetisch, handlungsbestimmend stärker sind, als das bewusste Wollen, dazu führen, dass wir unmerklich genau das tun, was wir bewusst nicht wollen. Daraus resultiert dieses Spannungsfeld. So gibt es aber zugleich, wenn man das mal prinzipiell verstanden hat, dass es hier um den Abgleich von unterschiedlich starken Handlungsmotiven geht, wovon das stärkere Unbewusstsein kann. Also das bin ich, nur ich bemerke es nicht. Dann kann es sehr wohl sein, dass eine Angst vorhanden ist, das ist dann der positive Aspekt in dem Zusammenhang, dass ich die Angst habe, dass zum Beispiel die Beschwerden wiederkommen, aber sie kommen nicht wieder. Weil der Konflikt, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, das konnte ich in dem Moment wirklich nicht, anders als bei den Patienten, die zu mir damals in die Praxis kamen, denen habe ich ja den Weg zum Verständnis ihrer Beschwerden gezeigt, das werde ich auch gleich abschließend noch erwähnen, welche Spur die Neurodermitis mit ihren Beschwerden weist. Um vielleicht sogar schon selber die Lösung anbahnen zu können. Also die Patienten habe ich psychotherapeutisch, psychosomatisch zu dieser Erkenntnis geführt und später, sobald ich mit dieser ja nun schon über 30 Jahre währenden Lehrtätigkeit begonnen habe, erkläre ich, wie man das selber macht. Denn bei genauerer Betrachtung sagen wir sprachlich völlig korrekt, es heilt, nicht ich heile, sondern es heilt. Kein Therapeut heilt irgendjemand, es gibt keine Heiler, es gibt welche, die sich das einbilden und sich so nennen. Und sie haben Zustrom von Hilfesuchenden, die glauben, dass jemand da draußen, irgendetwas da draußen, ob ein Medikament oder eine Person, Heilung für einen selber erzeugen könnte. Das ist ein sachlicher Irrtum, denn Heilung ist immer Selbstheilung. Ich hatte also lange Zeit noch Angst, dass die Neurodermitis wiederkommt, aber sie kam nicht wieder. Der Konflikt war gelöst. Was ist nun die Orientierung, die der Körper mit den Beschwerden liefert? Zunächst einmal will ich darauf hinweisen, das ist etwas, was grundlegend für das große Verständnis jeder Krankheit, jeder Beschwerde, auch jedes psychischen Problems, jedes Beziehungskonfliktes ist. Wir haben diesen Körper als materiellen Ausdruck unseres in der Konsequenz einfach nachweisbar unsichtbaren Daseins. Denn unser Ich-Bewusstsein, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Gedanken, Gefühle, Ängste, Sorgen, Nöte, all das ist unsichtbar. Alles das, was uns als ich-bewusste Lebewesen ausweist, ist unsichtbar. Und dieses Unsichtbare, zum Beispiel auch die Stimmungslage als Grundrauschen unseres unsichtbaren Daseins, drückt sich im Körper aus, bin ich. In angespannter, schlechter, ängstlicher, trauriger Stimmung werden automatisch die Schultern nach unten sacken, nach vorne sinken. Ich werde Gram gebeugt, im Extremfall in mich zusammensacken. Mimik, Gestik, die Art und Weise, wie ich gehe, wie ich mich zeige, alles das wird gesteuert durch das, was ich in meinem Gemüt erlebe, erfahre. Und das ist nachzuverfolgen, selbst mit schulmedizinischen Forschungsmethoden bis hinein in den Stoffwechsel, in die Funktion des sogenannten Immunsystems, in die Funktion des Stoffwechsels insgesamt. Das mag als kurze Orientierung genügen. Unser Körper ist Ausdruck unserer unsichtbaren Befindlichkeit im Gemüt, in jeder Facette seiner Funktion und seines Daseins. Wenn ich das nur mal als Experiment, als experimentelle Idee zulasse, wem das noch nicht vertraut ist und der das an dieser Stelle bis jetzt noch nicht gehört hat, dann ist es rein experimentell zulässig, die Frage zu stellen, ob eine körperliche Beschwerde, in dem Fall die Neurodermitis, eine bestimmte bildhafte Botschaft übermittelt, die vielleicht daraus resultiert, dass in meinem Gemüt etwas abläuft, was in ähnlicher Weise sich im Körper abbildet. Und hier will ich nur einige wenige Anregungen geben, bezogen auf die Neurodermitis. Zunächst einmal ist die Haut ein Grenzorgan. Sie ist das größte Organ unseres Körpers. Sie ist für einen Austausch mitverantwortlich, zum Beispiel Temperatur von innen nach außen oder außen nach innen. Temperaturregulation ist die Überschrift in diesem Falle. Die Aufnahme durchaus auch von Nährstoffen. Die Aufnahme von kosmischer Strahlung, Sonnenlicht beispielsweise. Und damit regelt sie die Kommunikation zwischen außen und innen und zeigt auch die Grenze zwischen meinem Innenleben, rein organisch, physisch betrachtet. Aber bitte lass immer parallel, ich formuliere es auch bewusst so, damit es leicht fällt, auf einer Spur mitlaufen, was es für die innere, unsichtbare Befindlichkeit unseres Gemüts bedeutet. Es geht also um einen Konflikt an der Grenze zwischen meinem Innenleben und dem äußeren Umfeld. Und so wie ein unstillbarer Juckreiz auftaucht, oder generell zunächst mal ein Juckreiz, das Unstillbare ist an der Stelle noch nicht so entscheidend, dann juckt es mich vielleicht, etwas herauszufinden. Und zwar genau an der Stelle, an der der Juckreiz vorhanden ist. Dann gibt es einen thematischen Unterschied, ob es die Ellenbeuge ist, mit den Armen, mit den Armen erfasse, umgreife ich etwas, umarme ich etwas, kann ich etwas umfassen und tragen. Mit den Händen ergreife ich etwas, mit den Füßen, mit den Beinen gehe ich. Also so wird die Aufmerksamkeit durch die Entzündung, den Juckreiz, auf bestimmte Körperteile gelegt, die in Verbindung stehen mit einem bestimmten Bewegungsmuster. Es geht hier um einen Grenzkonflikt. Also wir haben hier in dem Fall nicht unbedingt eine Störung im Innenleben. Dann würden wir uns überdrüsen, wie die Leber, die Bauchspeicheldrüse unterhalten. Nein, es geht um die Oberfläche. Es geht darum, wie ich der Umwelt begegne, wie ich mit dem, was außerhalb von mir ist, kommuniziere. Und, das ist dann das Besondere der Neurodermitis in dieser Kommunikation zwischen innen und außen, die Neurodermitis zwingt mich, mich mit meinen Grenzen zu befassen und an dieser Grenze auf dem Weg nach innen, denn ich scharre ja an der Haut, an der Oberfläche, um letztendlich festzustellen, mit dem unstillbaren Juckreiz. Es juckt mich, etwas herauszufinden. Was ist denn? Ich scharre ja auch in der Erde, um zu wissen, was herauszufinden, was in der Erde zu finden ist. Ich schürfe. In gewisser Weise schürfe ich auf der Oberfläche meines Körpers, um herauszufinden, was da drinnen ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird durch die Neurodermitis an der Grenze nach innen gerichtet. Nun kratze ich mich wund. Das ist das Drama, was dazu führt, dass viele Neurodermitiker lange Zeit dick eingepackt in Verbänden, mit Verbänden, mit Mullbinden herumlaufen müssen. Manchmal auch bei kleinen Kindern ganz tragisch zum Schutz, damit sie sich nicht regelrecht die Haut vom Leibe reißen. Die Haut vom Leibe reißen. Und was ich entdecke, also mit dem dünner werdenden Haut, mit dem Verletzen der Oberfläche und dem Austreten von Blut, es ist die Entdeckung der eigenen Verletzlichkeit. Die Verletzlichkeit, die ich, und das kann ich rückblickend, sehr gut mit meinem eigenen Innenleben damals in Einklang bringen, dieses sich schützen nach außen, keine Verletzlichkeit zeigen, um nicht Überlebenskompetenz zu verlieren in bestimmten Situationen. Was ich jetzt gerade skizziert habe, ist also das große thematische Szenario der Neurodermitis. Das bringt Orientierung, Entspannung, weil eine Idee wach wird und es ist so, überprüfe es. Das darf mir niemand glauben. Das muss man an der eigenen Geschichte nachvollziehen, selber durchdenken. Es ist das Aufdecken des generellen Themas. Das kann schon Erleichterung bringen, auch weniger Juckreiz und weniger Verletzungen an der Haut. Aber die Lösung ist es oftmals noch nicht, weil die Neurodermitis im Leben jedes Einzelnen, der an Neurodermitis leidet, eine eigene, bildhafte Geschichte hat, Teile des konkreten, eigenen täglichen Lebens betrifft. Und dafür muss man die Aufmerksamkeit darauf richten, wann, in welchen Situationen die Beschwerden abklingen. Das sind ganz konkrete Momente des täglichen Lebens. Es lohnt sich dafür, dafür eine Art Tagebuch zu führen. Und wenn das bei Kindern, das tritt ja auch oftmals schon bei Säuglingen auf, der Fall ist, dann ist der Säugling nichts anderes oder das Kleinkind nichts anderes als ein Indikator für eine gestörte, angespannte Beziehung, einen Grenzkonflikt in Beziehung zu den Eltern beziehungsweise den erwachsenen Bezugspersonen. Und hier erfolgt die Lösung dadurch, dass der erwachsene Bezugspartner diesen Konflikt, selbst wenn er gar keine Beschwerden hat, in der Beziehung zwischen zum Beispiel Mutter und Kind erzeugt die Mutter diesen Grenzkonflikt, der sich dann beim Kind als Beschwerde zeigt. Löst sich diese Spannung durch Verständnis und eine andere Herangehensweise an die Beziehung zum Säugling, zum Kleinkind, dann werden sich die Beschwerden beim Kind auflösen. Das ist etwas, was ich vorhersagen kann und was ich auch immer wieder erlebt habe. Voraussetzung ist natürlich, dass nicht Angst dagegen sperrt, diese ungewöhnliche Sichtweise für möglich zu halten und sich in ausreichendem Maße selbstkritisch zu betrachten. Welche Glaubenssätze, welche Selbstbeurteilungen, Verurteilungen unterhalten diesen Konflikt bei meinem Kind oder wenn ich ein Erwachsener bin, Heranwachsender, ab der Pubertät geht alles das, was ich gesagt habe, dann stellt sich die Frage, welche Glaubenssätze, welche Selbstverurteilungen führen dazu, dass ich mich ängstlich von dem Kontakt mit der Außenwelt zurückziehe und eine Kühle und Kälte durch Distanzierung von meinem wirklichen Fühlen, von meiner Verletzlichkeit vorziehe, um überlebensstark in Situationen zu sein, in denen ich mit einer Verletzlichkeit sicherlich verlieren könnte, zugleich aber auch gewinnen dadurch, weil ich ja mit der Verletzlichkeit meine Konflikte aktiviert bekomme und bewusst erleben kann, die unter anderem eben genau diese Beschwerden, diesen Juckreiz, diese sogenannte Neurodermitis unterhalten haben. Ich hoffe, das war so inspirierend wie lehrreich. Ich sitze hier und bin seit Jahrzehnten beschwerdefrei. Habe übrigens schon damals in der Praxis Neurodermitiker durch die Anleitung in dieser beschriebenen Weise in Richtung Heilung orientieren können und durfte mich selber noch in Anführungszeichen für einige Jahre weiter kratzen, bis auch bei mir der Groschen fiel. Viel Erfolg, viel Freude bei der Selbstentdeckung und möge die Angst schwinden. Wir sehen uns wiedergült. Sous-titrage